Du als Jugendlicher, denk mal, Mann, wie bist du denn in 40 Jahren dran? Und du, ey, entdeckst du auch schon an die Zukunft und deine Finanzsituation? Du bist zwischen 16 und 25 Jahre jung Dann häng nach über eine richtig geile Lebensplanung Zugeschnitten auf deine Gesamtsituation Auch bei Leistungen im Fall einer Rehabilitation Im Fall von Waisenrente und Erwerbsbeänderung Hilft dir der Schutz seiner Kapitallebensversicherung Ergänzt private Vorsorge eigenverantwortlich Je früher du einsteigst, desto mehr sammelt sich Bundesstaat, die kann dir steigende Renditen garantieren So kannst du prima in jährlichen Gewinne investieren Von tatsächlicher Marktzinsentwicklung unabhängig Vergrößert dein Vermögen von alleine sich Sein Schlau und Spaß, doch klar, dann ist immer gewünscht Wenn du eine Kohle nackt, auf Bundesstaat, die vor deinen Renten Dann holst du jetzt Bauschenvertrag Zahl in die Zukunft, informier dich im Detail, ja So gehst du im Alter, mach Urlaub in der Kahl, ja Jetzt im Waisenrente und Erwerbsbeänderung Hilft dir der Schutz seiner Kapitallebensversicherung Ergänzt private Vorsorge eigenverantwortlich Je früher du einsteigst, desto mehr sammelt sich Bundesstaat, die kann dir steigende Renditen garantieren So kannst du prima in jährlichen Gewinne investieren Von tatsächlicher Marktzinsentwicklung unabhängig Vergrößert dein Vermögen von alleine sich Oh ja, Renditebausparen ist einfach cool Das musst du wissen Bei Wohnungsbauprämie 7%, wer will das missen? Fondssparen ist flexibel, sei schlau, sei kein dumm Kopf Bis 12% pro Jahr Ausschüttung in dein Dividendentopf Im Fall von Waisenrente und Erwerbsbeänderung Hilft dir der Schutz seiner Kapitallebensversicherung Ergänzt private Vorsorge eigenverantwortlich Je früher du einsteigst, desto mehr sammelt sich Bundesstaat, die kann dir steigende Renditen garantieren So kannst du prima in jährlichen Gewinne investieren Von tatsächlicher Marktzinsentwicklung unabhängig Vergrößert dein Vermögen von alleine sich Dein Mann legt fest Geld an Oder bist du vielleicht schlecht, schlecht dran? Ein Vorteil für dich, dass die Lauszeit Wirst du ne Vollen hier betragen kann Ein Eininvestment Muss einfach lukrativ sein Bequem und sicher Für die so fett Geld Gut sind's ein Für die so fett Geld